So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich will eine kleine Infofolge machen noch zum Abschluss-Event, zum Go-Fest diesen Jahres. Das sind ja gestern alle Event-Details bekannt geworden. Wir wissen jetzt alles, ihr wisst alles, ihr habt bestimmt schon davon gelesen oder gehört. Ich möchte meinen Senf auch noch dazu abgeben und den Ablauf, was das für uns und den Kanal bedeutet, zum Preis geben. Gleichzeitig möchte ich euch nochmal kurz auffrischen, denn ab 10 Uhr jetzt hat das Käfer-Event begonnen. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen, ich muss gucken, ich muss heute Raider Mittwoch noch aufnehmen. Ich muss ein Mega-Sherox-Community-Raid machen, ich muss ein Genesect-Community-Raid machen. Ich muss da einiges noch vorbereiten, deswegen habe ich auch hier die Hibu-Map auf, um zu gucken, wann nach 11 das erste Mal also ein entweder Mega-Raid aufgeht oder ein Genesect-Raid. Die muss ich beide heute noch filmen, dass ich die über die nächsten Tage verteile. Es wird aber auch natürlich Rades für Zuschauer geben, kann ich jetzt auch nochmal dazu sagen. Mega-Sherox-Rades für Zuschauer am Donnerstag ab 18 Uhr und Genesect-Rades für Zuschauer am Sonntag ab 10 Uhr oder ab 9 Uhr. Mal gucken, wer also niemanden hat oder keine Rades hat, aber die Pokédex-Einträge braucht irgendwas, macht mit. Ihr könnt reinkommen, jeder kann mitmachen, kostenlos. Das ist ohne Eintritt, ohne alles. Macht einfach mit. Der Rest wird sicherlich damit gut zurechtkommen. Die scheinen sehr einfach zu sein, dass man die beide auch wahrscheinlich solo machen kann sogar. Aber ganz kurz noch, was gibt es also neu in der Käfer-Krabbelei? Jetzt in dem laufenden Event ab 10 Uhr. Mabula ist neu als Pokémon. Ich werde versuchen, wieder einen 100er zu bekommen und vielleicht dann noch 50 pushen zu können. Mega-Sherox möchte ich mal solo probieren. Das ist ein Ziel von mir. Veggie-Mark noch als Shiny zu bekommen. Gab es ja in Sapporo. Jetzt eine Woche können wir das jagen. Danach ist das wieder weg. Ist ja ein kontinentales Toxipad. Toxipad gibt es auch neu. Als Shiny nehmen das auch mit. Ansonsten gibt es nicht viel Neues oder nicht viele Ziele, die ich habe. Alles andere zum Käfer-Event haben wir schon mal ausführlich in dem Video behandelt. Und deswegen gehen wir direkt weiter zum Abschluss-Event GoFest. So. Abschluss-Event GoFest. Wir haben ein super schönes Bild hier. Das sieht richtig genial aus. Auch ein neues Pikachu dabei. Jetzt ist das. Wie kann man da mitmachen? Häufig gestellte Frage natürlich. Wer fürs weltweite GoFest ein Ticket erworben hatte. Das war das, wo wir in Gera waren. Beim Thomas. Jeder konnte da spielen, wo er gerade ist. Wer für das weltweite GoFest ein Ticket erworben hatte. Anfang, Anfang Juli, der konnte, der hat jetzt freien Zugriff. Der braucht jetzt nichts mehr kaufen. Der hat mit dem Ticket vom weltweiten jetzt dieses Ticket auch schon mit drin. Wer kein Ticket damals gekauft hat für das weltweite, kann jetzt immer noch für, sagen wir mal, 10 Euro sich dieses Ticket erwerben. Wundert euch nicht, ne? Macht das aber mal, wenn ihr wirklich keins hattet. Nehmt das mit. Ihr kriegt ja jetzt alles von allen drei GoFesten sozusagen und habt die Möglichkeit darauf, auf alle Shinies, die in der Zwischenzeit released wurden, erhöhte Shiny-Chancen, sonst was. Coole Pokémon, coole Items. Die Ultra-Bestien. Noch mehr Shiny-Icognitos jetzt, die da released werden. Ich würde die Chance nutzen. Trotzdem, wer kein Ticket kauft, gar kein Ticket hat, selbst der kann spielen. Selbst der bekommt kostenlos ein Event auf die Füße gesemmelt am Samstag, dem 27. August. Habe ich noch gar nicht gesagt. Samstag, der 27. August findet das Abschiedsevent statt von 10 bis 18 Uhr. Und wenn ihr kein Ticket habt, kriegt ihr trotzdem eine Spezialforschung. Ihr kriegt besondere Schnappschüsse, die ihr machen könnt aus euren Pokémon-Begegnungen. Ihr könnt Shiny-Somniam begegnen. Ihr könnt euch heftige Avatar-Artikel kaufen im In-Game-Shop. Das ist wohl die beste Neuerung. Es gibt wieder Super-Sticker und es gibt Habitate. Es gibt Habitate, ja. Das ganze Ding geht acht Stunden und es gibt vier Habitate, die alle zwei Stunden wechseln. Und in diesen Habitaten, während der Habitatszeiten, gibt es immer eine Ultra-Bestie plus besondere Spawns, die an die Ultra-Bestie angelegt sind. Es fängt an mit Schabelle. Schabelle war das, die Ultra-Bestie von Berlin. Während Schabelle in den Raids ist, von 10 bis 12 Uhr. Während man Schabelle von 10 bis 12 Uhr raiden kann, kann man Pokémon wie Sichlor, Pinsir, Mogelbaum, Capoeira, Mediti, Anuritze, Purze, Laukabs, Flecknoil finden. Und auch Pikachu mit dem Shaman-Schal. Ist neu, gab es bis jetzt noch nicht. Darf in keiner Sammlung fehlen. Das Pikachu wird die ganze Zeit über verfügbar sein, während dieser acht Stunden. Ansonsten, ja, Sichlor, cooles Pokémon, Pinsir, cooles Pokémon, kriegen alle eine Mega-Entwicklung, Capoeira, seltenes Shiny, Mediti, gut für GBL und so weiter. Laukabs, auch noch relativ neues Shiny, sollte man auch mitnehmen. Für mich aber Highlight auf jeden Fall Pikachu. Von 10 bis 12 Uhr diese Spawns und natürlich auch Schabelle Raids, wer noch keins hat. Von 12 bis 14 Uhr Mosquito, Mosquito Raids und diese Spawns. Wieder das Pikachu, aber dazu Macholo, Kleinstein, Kigli, Nocchan, Magma, Kamaub, Cognodon, Rotomurf, Milza. Macholo, geht immer, richtig genial. Kigli, Nocchan, alles was ihr Kampf habt, wenn ihr da noch Shinies braucht, irgendwas. Was, Cognodon, richtig starker Gesteinsangreifer, nehmt ihr mit, Rotomurf, könnt ihr auch nehmen als Bodenangreifer, dann mal für Raids, für irgendwelche Sachen auch richtig stark. Milza, wohl ein Highlight für viele, wenn man noch keinen Shiny Milza hat, nutzt das. Das ist immer noch ohne Ticket, selbst ohne Ticket, könnt ihr die in dieser Habitatszeit spielen, von 12 bis 14 Uhr für Shiny Milza und Shiny Pikachu. Das sind wahrscheinlich die zwei Highlights aus diesem. Dann von 14 bis 16 Uhr haben wir Voltriant, Habitat sozusagen. Also Mosquito war in Seattle, Voltriant war in Sapporo, die Ultra-Bestie, die man bekommen hat, natürlich wieder mit Pikachu. Elektek, Fritzl, Blitz, Scheinux, Lilje, Burmi, Vadribje, Tarnpignon, Whatsapp, Schnuthelm, Flunschlik, alles irgendwie so Käfer-mäßig. Elektek, super guter Elektroangreifer, Scheinux hatte erst C-Day, aber immer noch cooles Pokémon. Vadribje, relativ neu als Shiny, kann man nur entwickeln, wenn man ein Weibchen hat, gönnt euch das, wenn ihr es noch nicht habt. Tarnpignon, unbedingt mitnehmen, wenn ihr das noch nicht habt. Schnuthelm auch relativ neu, da coole Sachen dabei, auch so ein Flunschlik vielleicht für GBL, kann man mitnehmen. Und es gibt Voltriant-Raids. Und dann, zum Abschluss von 16 bis 18 Uhr, ist das Anego-Gebiet, wo es auch Anego wieder gibt, was ja die stärkste der Ultra-Bestien ist. Aber gleichzeitig gibt es die anderen drei dann auch in Raids. Aber im Anego-Habitat habt ihr diese Pokémon, wieder Pikachu, ihr habt Bisa, Sam, Tentara, Pipi, Schanera, Tangela, äh, Tangela. Amonitas, Endivie, Shellas, Bumi, Somniam, Quappel, Algit, Flauschling. Für mich besonders interessant, Somniam, weil es ja eben dann neu als Shiny da ist. Shiny-Jagd, Flauschling, neues Shiny, was ja bei Sapporo eingeführt wurde. Dürften auch noch nicht so viele Leute haben. Also Somniam, Flauschling, hier meine Highlights, die ich suche, die ich raiden werde. Raiden, die ich suchen werde. Raids kommen wir jetzt dazu. Raidkämpfe der Stufe 1 in der ganzen Zeit von 10 bis 18 Uhr. Pikachu, Milza, Wuffels. Wuffels könnt ihr immer machen. Macht keine Wuffels-Raids am Abschluss-Event, die könnt ihr immer machen. Milza-Raids, es erscheint auch wild. Wenn ihr keinen seht, macht halt Milza-Raids, kriegt ihr gleich vielleicht ein gutes mit besonderen EV raus. Aber irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Die ganze Zeit 100 Milza-Raids zu machen auf der Suche nach einem Shiny oder so. Weiß ich nicht. Pikachu würde ich auch nicht, gibt es ja wild. Also Stufe 1 Raids ist für mich da nichts dabei. Raids der Stufe 3. Marikek, Mizunda, Aboretos. Alle drei uninteressant. Die kriegen alle drei irgendwann auch noch ein Sea-Day. Die können jetzt nicht shiny sein. Also lasst die Finger davon. Dann macht lieber Shadrago. Obwohl der auch schon oft da war. Aber immer noch ein bisschen verfügbar ist. Also Shadrago würde ich machen an eurer Stelle. Relaxo weiß ich nicht, ob der jetzt einen Hut hat. Eigentlich müsste er einen Hut haben aus dem Raid. Wer immer noch keinen Hut-Relaxo hat, könnte Relaxo mit Hut machen. Weil das ist das Wertvollste aus den 3er-Raids. Weil das ja nur temporär da ist. Bruder Landa kann nicht mal shiny sein. Und Shadrago gibt es ja auch so außerhalb der Events. Raids der Stufe 5. Nochmal für euch zusammengefasst. Erst Chabelle in den ersten zwei Stunden, dann Mosquito, dann Voltriant und in den letzten zwei Stunden alle zusammen. Plus aber Anego, der ja schon mal beim weltweiten Go-Fest da ist. Ich habe gesehen, man kriegt drei kostenlose Pässe an dem Tag. Das heißt, ich würde einmal Chabelle raiden, einmal Mosquito raiden und einmal Voltriant raiden. Denn ich habe Mosquito Voltriant, konnte ich ja nicht fangen, konnte ich ja nichts machen. Habe ich auf einem zweiten Account, hole mir den Pokedex-Eintrag und irgendwann bei Luckyfriend werde ich mir die Lucky rüber tauschen. Chabelle habe ich aus Berlin einmal, nehme ich trotzdem mal noch ein zweites mit. Ansonsten werde ich die definitiv nicht raiden, denn ich möchte die Shinies bekommen in der Wildnis. Ich suche die E-Kognitos, das ist für mich wichtiger. Die kommen irgendwann eh nochmal einzeln in die Raids, wo die eine Woche da sind oder zwei Wochen oder sonst was. Die werden irgendwann nochmal als Shiny eingeführt. Dann könnt ihr die ja ausgiebig raiden. Dann ist vielleicht auch kein Event da. Oder es ist einem wieder komplett langweilig. Ich würde niemandem empfehlen, die ganze Zeit da zu raiden und dann zu sagen, ich habe nichts weiter gekriegt und die Raids waren auch Mist. Dann konzentriert euch mehr auf das Fangen. Das kostet nichts und die Raids könnt ihr jederzeit dann noch machen, wenn die Dinger wieder da sind. An Nego habe ich zum weltweiten Go-Fest ausgiebig geradet. Deswegen fällt er auch weg. Also ich würde wirklich nur drei Raids machen. Es gibt auch keine Raids für Zuschauer, weil das einfach nur komplettes Chaos wäre. Ich werde an dem Tag für mich zocken. Wenn die einzeln drin sind, irgendwann mal ein, zwei Wochen, dann können wir auch Raids für Zuschauer machen. Weil dann gibt es nur Chabelle oder es gibt nur Moskito oder es gibt nur Voltrian. Jetzt wäre das ein riesen Durcheinander. Der eine stellt sich für das an, das ist gar nicht mehr drin. Dann will der andere das, dann ist hier dort. Also das hat absolut keinen Sinn, da Raids für Zuschauer zu machen. Trotzdem ist das alles kostenlos verfügbar für alles und jeden. Selbst wenn ihr gar kein Ticket habt, kriegt ihr eine Spezialforschung, können die einzelnen Habitate mitnehmen und die einzelnen Pokémon da rausziehen. Wo wirklich coole Sachen dabei sind und ihr könnt trotzdem mindestens für den Pokédex-Eintrag einmal jedes Raiden in jeder Stunde. Dann nutzt eben die Raid-Gruppe dazu oder nutzt die App Pokerade oder nutzt irgendwelche anderen Raid-Apps oder sonst was. Oder wartet halt, bis ihr Hilfe bekommt irgendwann, wenn die mal wieder drin sind. Ich verstehe die Leute eh nicht, denn in den Raid-Streams heißt es immer, hey, ich habe ein Raid bei mir. Ich habe keine Fan-Raid-Pässe, aber ich habe ein Raid bei mir. Macht jemand mit, ich will euch einladen. Dann sagt man zu den Leuten, poste deinen Raid doch mal in die Raid-Gruppe. Mit einer Uhrzeit mit allem. Und alle, die in der Raid-Gruppe sind, warten immer drauf, dass jemand einen Raid postet, wo die sich eintragen können. Dann hat einer einen Raid, er soll ihn in die Raid-Gruppe posten. Du gibst ihm den Link, er geht in die Raid-Gruppe rein. Er postet seinen Raid aber nicht. Und alle anderen immer so, hey, warum postet eigentlich niemand einen Raid? Verstehe ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Alle haben einen Raid und wollen ihn vor Ort machen und brauchen Leute, die sie einladen können. Posten ihren Raid aber nicht in die Raid-Gruppe. Obwohl, sie gehen in dem Moment rein und posten ihn trotzdem nicht in die Raid-Gruppe. Ich verstehe es nicht, was läuft da falsch, was ist los mit diesen Leuten. Ja, und andere, die eingeladen werden wollen, naja, die können ja keinen posten, wenn sie keinen haben. Und warten drauf, dass sich da was tut. Postet eure Raids, nutzt halt an dem Tag das. Wenn ihr sagt, naja, ich hab jetzt hier eh nur einen Raid und kann nicht so viel fangen, ich brauche das noch. Dann postet sie in die Raid-Gruppe. Vielleicht ist an dem Tag ja ein bisschen was los. Jetzt aber, Leute mit Ticket, weil das war alles kostenlos. Für die Leute mit Ticket von 10 bis 18 Uhr. Steht hier, das hat mich komplett verwirrt, schillernde Icognito N und Icognito X zum ersten Mal im Pokémon Go mit etwas Glück. Da hab ich erstmal gemerkt, naja, ein Ding ist komplett bescheuert. Denn, wenn du hier guckst, das ist auch wieder abhängig von den Uhrzeiten, 10 bis 12. Hier steht B, da steht G, da steht O, da steht S, die kennen wir alle. N und X, aha, sind neu und dazwischen ist ein P. Wo, bitteschön, gab es bisher den P? Es gab bisher noch kein P. Das steht definitiv fest. Hier steht ganz neu N und X als Shiny. Bei P ist aber auch ein Shiny-Zeichen dran. Haben die das wirklich einfach vergessen zu erwähnen, dass das neu ist? Schillernde Icognito N und X und P? Ich hab extra, das hat mir keine Ruhe gelassen, ich hab extra hier mal geguckt auf Ibiza-Fans. Hier sind alle Events, wo es je Icognitos gab und alle, die released wurden, ja. Es gab Safari, es gab Europe, es gab Gamescom, Dortmund, Gamescom, Mac, Wake Up, Ultra. Und die konnten die Shiny sein. Und dann ging es los, dass die Shiny sein konnten mit dem Ultra-Bonus. Denn dann sind die plötzlich im Ultra-Bonus nach dem GoFest 20 in die Raids gekommen und die Buchstaben U, L, T, R, A konnten Shiny sein. Dann gab es irgendwann nochmal U, 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 Shiny. Dann gab es GoFest 21, G und F, Shiny. Dann gab es Pokémon GoTour, Jotu, GoTour und J, Shiny. Dann gab es beim GoFest 22, GoUB für Ultra-Beasts. Dann gab es in der Abenteuerwoche F, dann gab es beim GoFest Berlin nochmal Ultra-Beasts. Dann gab es beim Jubiläumsevent E, beim Hisui-Event S, beim Käfer-Krabelei T. Und jetzt GoFest 22 Abschluss B, G, N, O, P, S, X. Es ist das allererste Mal, dass ein P da ist und Shiny sein kann. Das P war zwar in dem Wort Europe 2017 in der Safari-Zone, überall wo was war. Da gab es aber noch keine Shiny-Ikognitos. Also, es gab bisher noch kein Shiny-Ikognito. Ich habe jetzt bis jetzt alle komplett, ich habe die, dank Cardanero Max, habe ich die Sammlung voll gemacht. Ich habe alle Shiny-Ikognitos, die es gibt. Das Jot hat mir nämlich die ganze Zeit gefehlt, das habe ich jetzt bekommen. Für mich wird also eindeutig ein Ziel sein, das N, das X und das P zu jagen. Diese drei Buchstaben. Und wenn ich die ganze Zeit in den Raid-Lobbys sitze, dann kriege ich ja nichts mit, was aus dem Rauch kommt und spawnt. Und also, es ist wichtig, N und X und P als Ikognitos zu bekommen. Das wird mein Ziel sein. Bis zu drei tägliche Raid-Pässe durch das Drehen von Fotoscheiben, nur an lokalen Arenen natürlich. Ikognitos, drei Stück, drei Raid-Pässe, fünf Begegnungen aus Schnappschüssen, 5000 zusätzliche EP für gewonnene lokale Raid-Kämpfe, Rauch, zwei Stunden, dreifache EP für das Drehen der Fotoscheiben, halbierte Schlüpfdistanz für Pokémon Eier, und ab 10 Uhr könnt ihr die Form von Shaman von der Zenit-Form in die Landform wechseln oder von der Landform in die Zenit-Form. Ich finde ja das kleine, süße Meerschweinchen viel, viel cooler als das hässliche Reh, aber da hat jeder einen anderen Geschmack. Zusätzlich gibt es Spezialforschungen, ja. Zusätzlich zur kurzen Spezialforschung erhalten Ticketinhaber eben drei exklusive Spezialforschungen. Könnt ihr auch so ein T-Shirt freischalten oder einen Helm ohne Visier, den ich total hässlich finde. Ab 10 Uhr gibt es also die kostenlose für alle. Und mit Ticket kriegt ihr ab 12 Uhr noch eine zusätzliche, ab 14 Uhr noch eine zusätzliche und ab 16 Uhr auch noch eine zusätzliche. Insgesamt also vier Stück statt eine, die ihr machen könnt. Und beim Rauch, der Rauch, der eben auch nur für die Ticketinhaber dann ist, wenn ihr den anmacht, bekommt ihr Galapandimos und Veggie-Mark und eben diese Icognito-Buchstaben. Von 10 bis 12 Uhr, von 12 bis 14 Uhr, Kurdel und Grill-Mark plus die Icognito-Buchstaben. Dann von 14 bis 16 Uhr, Klick und Sodamark plus die Icognito-Buchstaben. Und am Ende von 16 bis 18 Uhr, Drobius, Quabbel und die Icognito-Buchstaben. Das klingt alles so viel Input-mäßig, aber eigentlich müsst ihr ja die Augen aufmachen. Und das, was ihr seht, fangt ihr alles und immer den Rauch anhaben und nicht so viel in den Rates rumwuseln. Ich sag's euch, ihr werdet's vielleicht noch bereuen irgendwann. Wuselt nicht so viel in den Rates rum. Konzentriert euch da auf das Fangen von den kostenlosen Sachen. Macht die Shiny-Suche, da ist alles erhöht. Die Ultra-Bestien können auch nicht Shiny sein. Die kommen irgendwann wieder, können dann auch Shiny sein. Und deswegen ist das so meine Herangehensweise, wie ich das mach. Die Habitale durchgrasen, die Icognitos. Werden natürlich 2x bekommen, da können wir gerne eins abgeben. Und ansonsten war's das jetzt von meiner Seite aus. Erstmal ist schon... Oh, ich seh, Stolpersteine hier zu Hause geht ein Mega-Raid auf. Das heißt, Mega-Sherox wird der erste Community-Raid sein, den ich poste und dann filme und wir dann gucken. Ich bin extra auf diese Seite und hab extra hier geguckt, weil mir das keine Ruhe gelassen hat mit den Icognitos. Aber P gab es noch nicht. Wer sagt, P gab's schon? Und dann sag mir bitte, wo gab es P als Shiny? Europe, das Wort ist klar, aber da gab's noch keine Shinies. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns später. Wir sehen uns heute noch tausendmal wahrscheinlich. Heute Abend nämlich auch... Raidmania mit Genesec kann auch nicht Shiny sein, aber trotzdem, Raidmania, ihr verdient Punkte 18 bis 19 Uhr. Nehme ich eure Kampfeinladungen an und dann gucken wir mal, ob vielleicht trotzdem ein Hunderter dabei ist. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses und Raider Mittwoch muss ich auch noch aufnehmen. Ciao.